Für Einschlaf- und Durchschlafprobleme gibt es viele Gründe. Oft ist unser Verhalten mit Schuld. Ändern wir es, kann das unseren Schlaf verbessern. Stehen Sie morgens immer ungefähr zur selben Zeit auf. Streichen Sie den Mittagsschlaf oder begrenzen Sie die Ruhepause auf höchstens 30 Minuten. Verzichten Sie ab Nachmittags auf Koffein. Bewegen Sie sich. Essen Sie abends leicht und nicht zu viel, sonst stört die Verdauung den Schlaf. Alkohol hilft zwar beim Einschlafen, aber leider nicht beim Durchschlafen. Kommen Sie abends zur Ruhe. Üben Sie Entspannungstechniken. Gehen Sie erst ins Bett, wenn Sie müde sind. Das Zimmer sollte dunkel und angenehm kühl sein. Lassen Sie Smartphone und Fernseher draußen. Wenn Sie nicht einschlafen können, stehen Sie nochmal auf, bis Sie wieder müde sind. Bei anhaltenden Problemen gehen Sie zum Arzt. Bei anhaltenden Problemenise Entspannungstechniken. Bei der Koffein